Erfurt Erfurt ist die Hauptstadt des Bundeslandes Thüringen. Sie liegt zwischen 158 Meter und 430 Meter hoch und hat etwas mehr als 210.000 Einwohner. Hintergrund Erfurt ist eine uralte germanische oder slawische Gründung und wurde bald ein bedeutender Austauschplatz zwischen fränkischen und slawischen Waren. Das 741 von Bonifatius gegründete Bistum ging jedoch bald wieder ein. Es scheint mit dem Bistum Mainz vereinigt worden zu sein, denn die Mainzer Erzbischöfe treten bald danach als Herren in Erfurt auf. Karl der Große erhob Erfurt 805 zu einem der Stapelplätze für die Slawen. Genauere Aufzeichnungen beginnen erst mit dem 13. Jahrhundert, als ein fast selbstständiger Rat entstand, der die früheren mainzischen Beamten ganz aus der Verwaltung verdrängte. Seitdem nahm die Stadt einen großen Aufschwung und wurde Mittelpunkt des Handels von ganz Thüringen. Mit den benachbarten Fürsten, namentlich mit den Landgrafen und späteren Herzögen von Sachsen, kam es zu heftigen und lange dauernden Fäden, während derer Erfurt dreimal belagert wurde. Allein der Rat ging siegreich aus allen Kämpfen hervor. Die höchste Blüte fällt in das Ende des 14. und den Anfang des 15. Jahrhunderts. Die Erstarkung der landesherrlichen Macht der Herzöge von Sachsen führte zunächst einen Stillstand in der Ausdehnung des Gebietes herbei, und die Übergriffe der sächsischen Beamten veranlassten zahllose Klagen und Gegenklagen, in deren Folge der Stadt oft genug die Straßen seitens Sachsen gesperrt wurden. Als 1480 der Vertiner Albrecht erzbischöflicher Stadthalter in Erfurt werden sollte, ließ der Rat ihn nicht ein, worauf der Kurfürst von Sachsen die Stadt so bedrängte, dass sie sich 1483 zu einem Schutzvertrag zur jährlichen Bezahlung von 1500 Gulden entschließen musste. 1509 und 1510 fanden infolge der Verschwendung des Rats durch kostspielige Bauten Aufstände des Volkes statt. Erst nach der Mitte des 17. Jahrhunderts gelang es Chor Mainz, seine Ansprüche auf Erfurt vollkommen geltend zu machen, mit Hilfe von französischen und Reichsexekutionstruppen wurde die Stadt durch Kurfürst Johann Philipp von Mainz 1664 eingenommen, Sachsen aber verzichtete auf seine Schutzgerechtigkeit. Seitdem blieb Erfurt ein unbestrittenes Besitztum der Kurfürsten von Mainz, die es zugleich mit dem Eichsfeld durch Stadthalter regieren ließen, bis es 1802 nebst jenem an Preußen kam. Nach der Schlacht bei Jena ging Erfurt durch Kapitulation am 16. Oktober 1806 an die Franzosen über und blieb unmittelbar unter französischer Herrschaft, während das Eichsfeld nachher zu Westfalen geschlagen wurde. Vom 27. September bis 14. Oktober 1808 fand in Erfurt eine Zusammenkunft Napoleons mit dem russischen Zaren Alexander I. statt, der sogenannte Erfurter Kongress, bei welchem auch die Könige von Sachsen, Bayern, Württemberg und Westfalen, Vertreter Österreichs und Preußens, der Fürst Primas und viele andere große Erschienen und zahlreiche Festlichkeiten veranstaltet wurden. In dem Vertrag vom 12. Oktober wurde das Dilsiter-Bündnis zwischen Frankreich und Russland erneuert. Im Januar 1814 ergab sich die Stadt an die Preußen. Die Zitadelle erst im Mai dieses Jahres. Mit dem Flugzeug der ist von untergeordneter Bedeutung. Derzeit werden Charterflüge zu einigen Urlaubszielen angeboten. So starten Flugzeuge unter anderem Richtung Antalya und Teneriffa. Vom Flughafen gelangt man mit der Stadtbahnlinie 4 in etwa 20 Minuten ins Stadtzentrum und zum Hauptbahnhof. Nächst gelegener Verkehrsflughafen mit Linienflügen ist er. Aufgrund der guten Bahnanwendung ist auch der Umsteige frei erreichbar. Fahrt seit ca. 2,5 Stunden. Zu Fuß auf der alten Via Regia, der Königsstraße, führt heute der ökomemische Pilgerweg durch Erfurt. Mit der Bahn der ist Verkehrsknotenpunkt an der ICE Eisenbahn Magistralen Frankfurt am Main, Halle Leipzig, Berlin Dresden und München, Bamberg, Halle Leipzig, Berlin, sowie der Mitte Deutschland ICE Schienenverbindung Ruhrgebiet, Kassel, Erfurt, Chemnitz. Außerdem bestehen von Erfurt aus Verbindungen nach Würzburg und Göttingen, Fahrt seit ca. 1.40 Uhr h, wo Anschlüsse an das ICE-Netz bestehen. Im Zuge des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit 8 wurde im Dezember 2015 die Schnellfahrstrecken nach Leipzig bzw. Halle eröffnet. Nach Nürnberg über Bamberg wurde sie im Dezember 2017 fertig, sodass man aus den Zügen aus Berlin über Halle und aus Dresden über Leipzig nach München oder Frankfurt umsteigen kann. Nach Berlin fahren mindestens stündlich ICEs in 1,50 Stunden, nach Leipzig verkehren sie stündlich in 44 Minuten, nach Frankfurt benötigen sie 2,17 Stunden. Nach München verkehren die ICEs stündlich. Nach Erfurt fahren wenige Intercity, ICE, bzw. keine Eurocity, ICE. Dadurch ist man bei Fahrradmitnahme oft gezwungen, auf den langsamen Nahverkehr auszuweichen. Nur ICE-Züge der modernsten Baureihe ICE 4 bieten einige reservierungspflichtige Fahrradstellplätze. Mit dem Bus Erfurt wird von zahlreichen Fernbusunternehmen angefahren und hat Verbindungen in fast alle Regionen Deutschlands. Der, als Orientierung hilft das Intercity Hotel am Bahnhofsvorplatz, teilt sich, reichlich provisorisch, den Platz mit dem Schienenersatzverkehr, was gelegentlich zu chaotischen Zuständen führt. Überlandbusse aus den Umlandgemeinden nutzen den, an der Ostseite des Bahnhofsvorplatzes. Infos über die Abdeckung im Linienverkehr Überland finden Sie hier. VWG des öffentlicher Personennahverkehr Weimar und Sommer der MBH Auf der Straße A4, Abfahrten und, Anreise aus Richtung Köln bzw. Dresden A71, Anreise aus Richtung Berlin bzw. Stuttgart-München B4, Nordhausen Erfurt, Anreise aus Richtung Hannover B7, parallel zur A4 aus Richtung Weimar und Gotha verlaufend. Parken im Zentrum Parkhaus am Domplatz, Bechtheimer Straße 1, geöffnet von Montag bis Samstag 7.00 bis 22 Uhr, Sonntag und Feiertage 9.00 bis 22 Uhr, Ausfahrt jederzeit. Parkhaus am Hauptbahnhof, Willibrand Platz 2, durchgehend geöffnet. Parkhaus Enger 1, Fleischgasse, geöffnet Montag bis Samstag 7.00 bis 23 Uhr, Sonntag und Feiertage 9.00 bis 20 Uhr. Mit dem Schiff da der Fluss Gehrer nicht schiffbar ist, ist Erfurt wie die übrigen Städte Thüringens nicht mit dem Schiff erreichbar. Die Gehrer ist allerdings ein geeignetes Revier für Wasserwanderer. Mit dem Fahrrad drei Radfahrenwege führen nach bzw. durch Erfurt, D4, auch als Mittellandroute bezeichnet, GPS-Dreck und Streckenbeschreibung im Radreise-Wiki-Gera-Radweg, GPS-Dreck und Streckenbeschreibung im Radreise-Wiki-Thüringer-Städtekette. Mobilität Erfurt besitzt ein gut ausgebautes Straßenbahnnetz, das von der EWAG betrieben wird. Mit der Straßenbahn kann man alle wichtigen Punkte der Stadt erreichen. Nicht mit der Straßenbahn erreichbare Orte sind mit einem gut ausgebauten Stadtbusnetz erreichbar. Informationen zu Streckennetz und Tarifen geben die Stadtwerke Erfurt. Liniennetzplan Erfurt, PDF Es existieren sechs Straßenbahnlinien. Linie 1, Europaplatz Rittenger Hauptbahnhof Landtag Düringen Halle. Linie 2, P plus R-Messe Egerpark Enger Ringelberg. Linie 3, Europaplatz Universität Domplatz Enger Hauptbahnhof Windisch-Holzhausen-Urbicher-Kreuz. Linie 4, Bindersleben Flughafen Hauptfriedhof Domplatz Enger Hauptbahnhof Wiesenhügel. Linien 5, Zopark Enger Hauptbahnhof. Linie 6, Ried Universität Domplatz Enger Hauptbahnhof Steigerstraße. Mariendom der bekannteste Sakralbau Erfurts und die erste Zierde der Stadt ist der, die katholische Hauptkirche, die sich auf dem Domberg, unweit des Petersbergs, mit der dicht neben dem Dom ebenso hoch stehenden St. Severikirche erhebt. Zu beiden Kirchen steigt man auf 48 breiten steinernen Stufen, von welchen der frühere Name des Platzes vor den geraden, Stufen, herrührt. Der Dom ist nicht nach einem Plan gebaut, sondern aus einzelnen, in verschiedenen Stilen gebeiteten Teilen zusammengesetzt und hat die größten Unregelmäßigkeiten. Das Langhaus, zwar 1153 gegründet, aber im 15. Jahrhundert völlig gotisch umgebaut, erhielt am Anfang des 13. Jahrhunderts einen schönen Kreuzgang, dazu kam von 1349 bis 1372 der herrliche Lange Chor, der seltsamerweise der Hauptteil des ganzen Baus ist. Ebenso seltsam ist die Stellung der Türme zwischen Chor und Langhaus und der hübsche dreieckige Portalbau an der Nordseite des Langhauses. Unter dem aufmächtigen Sabstruktionen, der Sogen. K. Warte, ruhenden Chor liegt einer aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammende Krypta. An bedeutenden Kunstwerken besitzt das Innere des Doms ein Steindenkmal des Grafen Ernst III. Von Gleichen und seiner zwei angeblich gleichzeitigen Gemahlinnen aus dem 13. Jahrhundert sowie eine eher eine Grabplatte mit der Krönung Marie von Peter Fischer, 1521. Im nördlichen Turm hängt die große, 1497 gegossene, 11.450 Kilogramm schwere Glocke Maria Gloriosa. In einer Nische des Giebels über dem Westportal steht eine neun Meter hohe, in Mosaik ausgeführte Madonnenstatue, ein ausgezeichnetes Kunstwerk aus der Mosaikfabrik von Salviati in Venedig. Neben dem Dom liegt die gotische fünfschiffige Hallenkirche mit einem prächtigen kolossalen Taufstein aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Sie ist im reinsten gotischen Stil mit strenger Regelmäßigkeit und doch mit der gefälligsten Leichtigkeit erbaut. Erwähnung verdienen der Schnitzaltar im Chor, der große Kronleuchter mit den zwölf Aposteln und vorzüglich das Denkmal des Ritters Theodrich von Lechtenhain, von 1266. Weitere Kirchen Erbaut ab 1277, Luther gehörte von 1506 bis 1511 dem Kloster an, 1525 wurde das Kloster evangelisch, 1559 säkularisiert, Papst Benedikt besuchte 2011 das ehemalige Kloster, jetzt dient es auch als Tagungsstätte. Am Enger, aktives katholisches Kloster aus dem Jahr 1136. Am wenigen Markt, die evangelisch-methodistische Kirche findet sich als Brückenkopfkirche an dem einen Ende der Krämerbrücke und erstreckt sich im ersten Stock teilweise über einem Torbogen. Über den Kirchenraum besteht die Möglichkeit über teils sehr enge Treppen den Kirchturm zu besteigen, 1,50 Euro pro Person, Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr, der einen schönen Überblick über diesen Teil der Altstadt bietet. In der Marktstraße aller Heiligenstraße, in der Michaelisstraße aller Heiligenstraße, St. Nikolai und St. Jakobi, in der Schottenstraße, ist eine ehemalige Klosterkirche. Die, am Nordende des Angers, sie ist seit 1521 evangelisch. Der Hochalter wurde 1625 von den Gebrüdern Friedemann im Chorraum errichtet. Die evangelische, in der Bahnhofstraße, wird auch Augustinuskirche genannt. Sie zählt zu den größeren Kirchen der Altstadt und wurde 1238 fertiggestellt und 1525 in eine evangelische Pfarrkirche umgewandelt. Die in der Schlösserstraße, wurde 1138 gestiftet und um 1140 erbaut. Gegen 1300 wurde die heutige Kirche errichtet, die im Jahr 1413 verändert wurde nach sie gebrannt hat. Von 1664 bis 1773 wurde sie vom gegenüberliegendem Jesuiten-Kolleg mitgenutzt. Sie war die erste Kirche in der DDR, in der bereits seit 1978 ökumenische Friedensgebete stattfanden. Der Bau beginnende in der Predigerstraße, war um 1270 und vollendet wurde der gotische Bau 1488. Sie war Wirkungsstätte von Meister Echardt, geboren 1260, gestorben 1328. Ehemalige Klosterkirche des Dominikanerordens mit bedeutenden Ausstattungsstücken des Mittelalters, seit 1525 evangelisch. Die evangelische in der Andreasstraße Webergasse, wurde bereits 1182 erstmals erwähnt. Der heutige Bau stammt aus dem 13. und 15. Jahrhundert. Die Kirche wurde vor 1187 gegründet. Von 1465 bis 1468 wurde die Paulskirche erbaut und 1737 der Turm erneuert. Das Kirchenschiff wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch Brand und Abbruch zerstört. Übrig geblieben ist der Paulskirchturm in der Paulstraße Kleine Arche. Die, in der kleinen Archerrumpelgasse, wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Bis 1803 gehörte sie dem Domstift St. Marien an. Von 1884 bis 1916 gab es neugutische Umbauten, seit 1993 wird sie als Restaurierungsatelier genutzt. Burgen, Schlösser und Paläste mit beeindruckenden Resten der romanischen Peterskirche. Tipp, von hier genießt man einen fantastischen Blick auf die Altstadt. Bauwerke Die ist mit 120 Metern Länge die längste durchgehend mit Häusern bebaute und bewohnte Brücke Europas. Um die Gera auch bei Hochwasser überqueren zu können, wurde 1325 neben einer Furt eine Steinbrücke errichtet, die mehrere Vorgänge aus Holz hatte. Auf dieser Brücke schlugen von Anfang an Händler ihre Kramboden auf und boten Luxusartikel wie Gewürze, Arzneien, Färbemittel, Edelmetalle, Seide- und Papierpfeil. Nach einem Stadtbrand im Jahr 1472 erfolgte die Erweiterung auf die heutige Breite von 18 Metern. Ursprünglich fanden 62 schmale, inzwischen auf 32 zusammengefasste Häuser auf der Brücke Platz. Von den beiden Brückenkopfkirchen existiert seit dem 19. Jahrhundert nur noch die östliche Giedienkirche, siehe dort. Den schönsten Blick auf die Krämerbrücke hat man von Norden, etwa von der Horngasse. In der Futterstraße Die wurde 1231 als Teil eines Klosters der Franziskaner errichtet und gehörte zu den größten Bettelordenskirchen in Deutschland. Bei einem Bombenangriff im Jahr 1944 wurde die Kirche größtenteils zerstört, seitdem finden in der Ruine Barfüßer Kloster im Sommertheater Vorstellungen unter freiem Himmel statt. Das ist das ehemalige Hauptgebäude der Erfurter Universität im spätgotischen Stil. Es wurde nach schwerer Zerstörung 1945 in den Jahren nach 1998 wieder aufgebaut. Am Enger Schmucke Geschäftshäuser an der Fußgängerzone Enger Hauptpostamt Einkaufsgalerie Enger 1 Haus Dacheröden Am Fischmarkt Es wurde zwischen 1870 und 1875 auf den Grundmauern seiner Vorgängerbauten errichtet, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichten. Von 1904 bis 1906 wurde das neogotische Haus, um einen Verlängerungsbau mit Treppenhaus erweitert. In der zweiten Etage des Neubaus entstand der Ratssitzungssaal, damals Stadtverordnetensaal genannt. Der Saal nimmt die gesamte Breite des Gebäudes ein. Durch die 18 in Dreiergruppen zusammengefassten Fenster fällt viel Licht von der Straßen- und Hoffront ein. Bis 2008 wurde der Ratssitzungssaal grundlegend restauriert und saniert. Von den ursprünglich drei Wandgemälden von Otto Hammels aus den Jahren 1905-06 ist nur das mittlere erhalten. Die reich bemalten Treppenhäuser sind frei zugänglich. Mittelpunkt Bildergalerie vom Ratssitzungssaal Minos gegenüber dem Rathaus wurde 1392 gebaut und 1562 im Stil der Renaissance umgebaut. Oberhalb des Erdgeschosses befindet sich ein Freis, auf dem die Musen und die antiken Planetengötter dargestellt sind. Über der Eingangstür ist der namengebende rote Ochse mit goldenen Hörnern zu sehen. Das Haus ist heute Sitz des Erfurter Kunstvereins. Im prächtig ausgestatteten Renaissance-Saal finden häufig Ausstellungen statt. Das, Haus Nummer 13, wurde 1584 errichtet. Das Bürgerhaus der Renaissance ist eines der prachtvollsten und bekanntesten Renaissance-Bauten der Stadt. Im ersten Stock der Fassade befinden sich personifizierte Darstellungen der fünf Sinne, in den Giebeln der Fenster der oberen Etagen befinden sich Geffköpfe und an der Spie. Denkmäler Altstadt Minervabrunnen auf dem Domplatz oben minus barocke Freiplastik von 1784, letzter der ehemals 53 öffentlichen Laufbrunnen für die städtische Trinkwasserversorgung. Domplatz Obelisk minus Pyramide von 1777 mit Porträt, Namenszug, Wappen und Initialen des Kurfürsten Friedrich Karl-Josef von Ertal, sowie Gedenkschrift Enger und südlicher Ring Roland-Standbild auf dem Fischmarkt minus 1591 als Römer oder Mann aufgestellt, später als Roland bezeichnet 2013 abgebaut Reliefreis am Haus zum Roten Ochsen auf dem Fischmarkt 7 von 1562 minus 9 Felder mit personifizierten Wochentagen, Künsten und Wissenschaften mit 7 Planeten und 8 griechischen Musen Reliefreis am Haus zum Breitenherd am Fischmarkt 13 von 1584 minus allegorische Darstellungen der 5 Synevisius, Auditus, Odoratus, Gustus und Tactus Martin-Luther-Denkmal, 1889, vor der Kaufmannskirche am Enger Neuer Angerbrunnen vor der Hauptpost und dem Kaufhaus Enger minus 1978-79 von Waldo Dürsch Alter Angerbrunnen minus Monumentalbrunnen 1887-1870 von Heinrich Stöckhardt und H. Hoffmeister Museen Enger Museum in der, dem ehemaligen Kur-Mainzischen Parkhof minus es ist das Kunsthistorische Museum Erfurts Mini-Pipe-Symbol alte Synagoge Straßen und Plätze Sam-Pipe-Symbol 300 BX-Pipe-Symbol Erfurter Dom und Domplatz Größter Marktplatz Deutschlands Enger minus Fußgängereinkaufsstraße mit vielen restaurierten Jugendstilhäusern Hirschgarten mit der ehemaligen, heute thüringerische Staatskanzlei, an der Regierungsstraße Fischmarkt mit dem Rathaus und den beiden Renaissance-Bauten Haus zum Roten Ochsen, 1562, und Haus zum Breitenherd, 1584, siehe, wenige Markt östlich der Krämerbrücke Krämerbrücke und Futterstraße Johannesstraße Verschiedenes Da der Kinderkanal Kika, in Erfurt angesiedelt ist, stehen in der Stadt viele Kinder von Seefiguren, wenn das Brot steht am Fischmarkt, der Sandmann sitzt auf einer Bank auf der Rathausbrücke, außerdem gibt es noch die Tigerente, Tabaluga, Käppenblaubeer und Heinblöd. Sport- und Freizeitswehrbäder baden in einer der Schwimmhallen, im Strandbad Stotternheim oder zum Nordstrand April Altstadt Frühling auf dem Domplatz, ein Jahrmarkt mit Fahrgeschäften und vielen anderen Angeboten Juni Magdeburger Allefest, immer am 1. Juni Wochenende, Straßenfest mit vielen HändlerInnen und MusikerInnen Krämerbrückenfest, am 3. Wochenende im Juni, mit Gauklern, Händlern und Artisten und einem Mittelaltermarkt Fettbelah-Musik, am 21. Juni, kostenlose Konzerte von Amateur- und Berufsmusikern an vielen Plätzen in der Altstadt Juli-Domstufen-Festspiele, Musikfestival mit Rockoper, Kinderoper und so weiter Oktober-Erfurter Oktoberfest, im Herbst auf dem Domplatz mit Schaustellern November Martinsfest, am 10. November, dem Vorabend des Martinstages, ab 10 Uhr der Martini-Markt und abendlichen Höhepunkt Dezember zur Weihnachtszeit den Erfurter Weihnachtsmarkt besuchen Erzählt zu den schönsten in Deutschland Einkaufen direkt im Stadtzentrum befindet sich im ehemaligen Kaufhaus Römischer Kaiser, 1906-08, und dessen neuen Anbau ein großes modernes Einkaufssinter, das Enger I, gegenüber des ehemaligen Hauptbostamts Die gesamte Innenstadt ist Fußgängerzone und lohnt sich als Shopping-Tour zu jeder Jahreszeit Mit den Stadtbahnlinien 1 und 3 sehr gut zu erreichen ist der Thüringen Park im Norden Der Stadt, etwas außerhalb westlich von Erfurt an der B7 in Richtung Gotha findet man Ikea Zwischen Fischmarkt und Domplatz läuft man unvermeidlich an der traditionsreichen Goldschmiede Glaser und Sohn vorbei Günstig Original Thüringer Rostbratwurst an einem der Stände in der Innenstadt Domplatz, 1,50 Euro, Schlösserbrücke und Enger, 1,80 Euro Mittel Gehoben Nachtleben Unterkunft Es gibt in Erfurt zahlreiche gute Hotels Die Vermittlung von Hotels, Pensionen, Privatzimmern und Ferienwohnungen erfolgt auch durch die Touristinformation Erfurt Hotline Telefonnummer, plus 49, 361, 6640110 Die kommunale Kulturförderabgabe Bettensteuer der Stadt Erfurt beträgt 5% des Übernachtungspreises Ob die Steuer im Übernachtungspreis inbegriffen ist oder extra berechnet wird, muss den jeweiligen Angeboten entnommen werden Günstig Mittel Gehoben Lernen Praktische Hinweise Die Vorwahl für Erfurt lautet 0,361 Aus dem Ausland wählt man 0049361 als Vorwahl Die Postleitzahlen sind 99.001 bis 99.198 Ausflüge Weimar ist mit dem Zug nur eine Viertelstunde entfernt Jena ist in einer halben und Leipzig in einer Stunde erreichbar Die näheren Ziele der Umgebung sind Arnstadt, 20 Kilometer südwestlich, B4, älteste Stadt der neuen Bundesländer Liebfrauenkirche aus dem 13. Jahrhundert und Bachdenkmal Gotha, 25 Kilometer westlich, B7, fünftgrößte Stadt Thüringens und ehemalige Residenzstadt mit dem Schloss Friedenstein Naturkundemuseum Erster Deutsches Bratwurstmuseum, 30 Kilometer südwestlich, A4, an der Abfahrt Wandersleben runter, bei Holzhausen an der Wachsenburg gelegen Sommerda, 31 Kilometer nördlich, A71, mitten im Thüringer Becken gelegene Kreisstadt Teilweise erhaltene Stadtmauer mit Stadthor und sechs Stadtmauerdürmen Bad Langensalzer, 36 Kilometer nordwestlich, B4, Schnellstraße bei Andesleben verlassen Kurstadt unweit des Nationalparks Heinig Rosengarten und Rosenmuseum Ilmenau, 44 Kilometer südlich, A71, Goethe-Stadt Im 20 Kilometer südlich liegenden Hohenfelden befindet sich das Thüringer Freilichtmuseum Am Stausee Hohenfelden findet man zudem zahlreiche Freizeitangebote